Und wir sind zurück im Frühcafé, wie versprochen, mit Besuch. Lara Bücker ist da. Guten Morgen, ich grüße dich. Guten Morgen. Es geht gleich hier rum und um eine ganz besondere App. Dazu aber gleich mehr. Zuerst natürlich so ein bisschen zu deinem Hintergrund, damit die Zuschauer dich kennenlernen. Du bist Psychologin am UKE. Was genau machst du da? Was ist dein Aufgabengebiet? Genau, ich bin Psychologin in der Arbeitsgruppe Klinische Neuropsychologie. Das ist eine Arbeitsgruppe, die in der Psychiatrie am UKE ist. Und wir beschäftigen uns viel mit klinischer Forschung. Wir entwickeln Therapieprogramme für psychische Erkrankungen, evaluieren diese. Und wir haben natürlich auch einen Versorgungsanteil in der Klinik und machen dort neuropsychologische Untersuchungen und bieten Gruppentherapien an. Genau, und in der Arbeitsgruppe bin ich eben Psychologin und Wissenschaftlerin und mache viel Forschung im Bereich Online-Therapieangebote. Und da kommt man heutzutage natürlich an Apps gar nicht mehr vorbei. Das habt ihr euch natürlich auch gedacht. Ich kann das ja einmal zeigen. Vielleicht kann man das ja ein bisschen erkennen. Wir haben auch noch ein paar Bilder vorbereitet. Ich habe hier mir die App mal runtergeladen auf mein Smartphone. Cogito nennt sich das Ganze ja. Und es ist erst mal ganz allgemein eine App für alle, die ihr psychisches Wohlbefinden verbessern möchten. Genau. Cogito übersetzt quasi ich denke. Es geht da viel um den Bereich, sage ich mal, kognitive Verhaltenstherapie, also viel um Kognition. Und wir haben eben diese App entwickelt, weil wir wissen, dass es eine große Unterversorgung im Bereich der psychischen Erkrankungen gibt. Im Durchschnitt wartet man in Deutschland 20 Wochen auf einen Therapieplatz. Und das ist natürlich eine extrem lange Wartezeit, die irgendwie überbrückt werden muss. Und auch überhaupt eine Psychotherapie zu Beginn ist mit gewissen Hürden verbunden. Scham, Angst vor Stigmatisierung. Das ganze Thema ist ja immer noch ein wenig stigmatisiert, sage ich mal. Genau. Und da bieten eben solche niedrigschwelligen Therapieangebote wie Online-Programme und auch Apps eben eine gute Alternative, da irgendwie den Weg in Richtung Psychotherapie zu bahnen. Ihr habt knapp zwei Jahre an dieser App entwickelt, getüftelt und geforscht. Jetzt ist sie ganz neu verfügbar, knapp eine Woche. Also ganz neu am Markt sozusagen. Wenn man jetzt über die App recherchiert, über dich, dann stößt man immer wieder auf Artikel mit der Überschrift Depression, also Hilfe im Falle von Depression oder Glücksspielsucht, Online-Spielsucht. Das ist auch richtig. Aber generell richtet sich ja diese App eigentlich viel allgemeiner an. Fast jeden eigentlich, oder? Genau. Also so ist die App gedacht. Generell richtet sie sich eben an jeden, der selber das Gefühl hat, er möchte etwas für seine psychische Gesundheit tun. Das heißt, auf der einen Seite können Nutzer durchaus schon Psychotherapie-Erfahrung haben, vielleicht aktuell auch in Therapie sein oder in Vergangenheit mal Psychotherapie genutzt haben. Aber die App ist eben auch für jene gedacht, für die das ganze Thema Psychotherapie noch ganz, ganz neu ist. Das heißt, die App ist vom Inhalt her auch sehr niedrigschwellig, nicht pathologisierend und deswegen bietet sich die App eben sehr gut auch im Bereich Prävention an. Es gibt hier zum Beispiel so Übungen und Teil-Themen-Gebiete, Hilfe zur Selbsthilfe, starke Körperhaltung, Fragen kostet nichts. Also das sind auch wirklich viele Dinge, die einen sehr allgemein angehen. Und dann eben die entsprechende Übung dazu, sich selbst einmal zu hinterfragen und wie kann ich eigentlich an mir arbeiten und mich verbessern. Also das Ganze funktioniert, kann ich mir vorstellen, relativ gut. Ja, genau. Wie ist so das Feedback bisher? Das ist sehr positiv. Die App ist so aufgebaut, dass sie quasi eine Bibliothek ist von ganz, ganz vielen verschiedenen Übungen, wie du gerade gesagt hattest. Und die App funktioniert dann so, dass man am Tag bis zu zwei Erinnerungen an die Übungen erhält. Das kann man so einstellen, muss man nicht, aber eben diese Option gibt es. Und dann erinnert einen die App selber aktiv, wie andere Apps auch machen, über Push-Nachrichten an diese Übungen. Und die können dann ganz leicht im Alltag durchgeführt werden. Das passiert auch gar nicht in der App selbst, sondern eben im echten Leben. Das heißt, wir wollen die Nutzer auch nicht ans Handy binden. Wir sind ja alle sowieso schon viel zu viel an unseren Smartphones, sondern man soll dann eben an der psychischen Gesundheit in der echten Welt arbeiten. Und für jede abgeschlossene Übung bekommt man kleine Medaillen. Das heißt, wir wollen da auch nochmal so einen Anreiz schaffen, auch wirklich kontinuierlich jeden Tag mit der App zu arbeiten. Du hast eben schon mal das Thema Stigmatisierung von gewissen Problemen angesprochen. Sind psychische Probleme ganz allgemein, Depressionen etc. immer noch zu sehr ein Tabuthema, würdest du sagen? Ich würde sagen, da hat sich in den letzten Jahren natürlich einiges getan. Das ganze Thema wird offener angesprochen als zum Beispiel vor 30 Jahren. Aber im Vergleich zum Beispiel auch zu den meisten körperlichen Erkrankungen ist das Ganze natürlich noch mehr stigmatisiert. Und da gibt es aber auch einen Unterschied zwischen den verschiedenen Erkrankungen. Also Depressionen zum Beispiel ist mittlerweile ja normaler und man kennt viele Leute, die vielleicht auch schon eine Depression hatten. Im Vergleich dazu vielleicht eine Schizophrenie oder andere psychotische Erkrankungen sind da durchaus noch eher ein Tabuthema. Und da soll so eine niedrigschwellige App auch helfen, natürlich das Bewusstsein für psychische Erkrankungen in der allgemeinen Bevölkerung irgendwie zu stärken. Und dann so auch dazu führen, dass das ganze Thema vielleicht etwas weniger ein Tabuthema wird. Also stelle ich mir vor, wer vielleicht den Verdacht hat, ich habe da irgendwie was, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Erst mal die App runterladen, anonym und vielleicht erst mal gucken. Und wenn sich der Verdacht erhärtet, ja, ist es vielleicht auch einfacher, dann doch noch mehr professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Genau, genau. Das ist so ein erster Schritt vielleicht auch, sich mit dem Thema überhaupt erst mal auseinanderzusetzen. Und die App ist ja auch ein Selbsthilfeangebot. Also die App selber diagnostiziert nichts und sie erhebt auch keine Daten. Das heißt, man kann das wirklich auch erst mal so für sich machen, muss keine Angst haben, dass da irgendetwas übermittelt wird oder irgendwie die Krankenkassen mit im Spiel sind direkt. Also das ist wirklich so ein ganz, ganz niedrigschwelliges erstes Angebot. Was glaubst du denn, macht die Corona-Pandemie oder hat die Corona-Pandemie mit den Hamburgerinnen und Hamburgern aus psychologischer Sicht gemacht? Glaubst du, es sind mehr psychische Probleme entstanden oder haben sich noch verschlimmert? Auf jeden Fall. Also die Pandemie stellt uns alle ja auf eine sehr harte Probe und gerade im Bereich psychische Erkrankung hat das nochmal ganz andere Auswirkungen. Also es gibt ganz, ganz viele Studien, die jetzt auch gezeigt haben, dass psychische Erkrankungen auf der einen Seite öfter vorhanden sind, also quasi häufiger vorkommen durch die Pandemie und auch bestehende psychische Erkrankungen nochmal schlimmer werden von der Symptomausprägung quasi. Und diese ganzen Probleme, die mit der Pandemie einhergehen, Angst, Unsicherheit, soziale Isolation, finanzielle Sorgen, Stress und so weiter, die bieten natürlich einen Nährboden für die Entwicklung psychischer Erkrankungen. Auf der anderen Seite hat die Pandemie aber auch gezeigt, dass so Online-Programme und Apps eben deutlich mehr genutzt werden und auch wirklich eine Alternative jetzt zur Psychotherapie darstellen. Jetzt gerade bei den steigenden Zahlen zeigt sich immer mehr, dass Patienten auch Angst haben, wirklich in die Klinik zu kommen oder in die ambulante Therapie. Und da bieten sich solche Apps natürlich jetzt vor allen Dingen an. Kogito heißt diese App, liebe Zuschauer, relativ neu verfügbar im App Store, in den verschiedenen App Stores. Einfach einmal reinklicken, suchen und sich das Ganze einfach einmal herunterladen. Dann sage ich vielen Dank für den Besuch im Studio. Viel Erfolg natürlich weiterhin für eure Arbeit und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Liebe Zuschauer, wir sind gleich zurück nach einer kurzen Werbepause. Bleiben Sie gerne bei uns. Bis gleich hier im Frühcafé. Danke. 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 Danke.